Ja, ehrlich gesagt, ich denke, es ist super kritisch. Und für uns, es ist wirklich... Und ich glaube, es ist vollständig mit Ivy, ich denke, es ist jeder Verantwortung. Aber ich denke, für uns, es ist wirklich wichtig, dass wir jemanden accountable oder responsible für die remote Struktur haben. Gibt es im Vibe-Team einen Direktor für Fernarbeit? Yes, wir haben einen. Aber ich glaube nicht, dass man ihn braucht. Es hängt davon ab, was man machen will. Einige Leute brauchen einen Direktor für Fernarbeit, um die Sachen zu organisieren. Johnny, es gibt so viele Fragen. Es wird einer von den Themen kandenten. Leyendungen, meine Damen und Herren. Danke, Danny. Danke, everybody. Wir nehmen einen Pause. Wir sind gleich wieder auf Running Remote Online.